So, ich hoffe, das Mikrofon funktioniert gut. Alter, wenn das jetzt irgendwie läuft oder Scheißgeräusche, ich finde, es gibt nen B im Arsch. Letztes hatten wir zwei Mikrofone zur Sicherheit. Da hatten wir da hinten noch eins. Aber wo willst du denn das Rode hier hin machen? Das hängt ja dann voll im Bild. Naja. Nimm ein kräftig geschluckt Bier und fängt jetzt los. Was ist das? Na, na, da. Aber es schaut irgendwie so aus, das hätten wir eine Ikone am Ende, wahrscheinlich Lenovo. Aber gut, das ist Spiel. Ja. Brauchen wir nix zensieren da oben. Die Seite. Ja. Wie fangen wir denn jetzt an? Es kommt sonst alles in die Odd-Tags und das ist gut. Erstmal die Frise richten. Schau dir das doch mal an jetzt. Ja, ich lehn mich auch schon leicht vor. Ich müsste mich ja voll vorlegen. Ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen muss. Nicht aber ganz. Weil es so schön ist und so. Ja, ich hock mich auch so. Also so. Ja, Moment. Wir sind eine Modelagentur. Ja. Okay. Du hast da hinten noch so etwas Abstehen gesehen. Und wenn du dich noch weiter... Ja, da. Jetzt sieht man es. Nein, weiter nach oben. Ja, noch weiter. Noch weiter. Nein, nach hinten wieder. Ja, genau da. Da ist so ein Ding. Exakt. Ja. Ja. Schon besser. Wir können das auch einbetten. Was bringt uns das? Keine Ahnung. Wir haben nicht mal eine Seite, wo wir uns einbetten könnten. Wie fangen wir an? Mit der Ansage. Hochleistungsmodus. Jawohl. Vier Stunden noch genug Zeit. Ja. Da haben wir jetzt noch 27 Minuten. Ach, wir brauchen ja kaum für einen Monat 27 Minuten. Ne für den. Vielleicht für Oktober, November, weil da kamen die Krachen. November, Dezember. Ist hier ein... Ach, das ist ja wohl gar... Oh, da kommen aber schon einige Dinge raus. Nicht, wie fangen wir denn wir an? Mit der Ansage. Ja. Wie? Machen wir den Korb? Schon wieder? Das wird jetzt mal schon so gut funktionieren. Wie haben wir den letzten Jahr gemacht? Ich habe mir das Ding nicht angeguckt vorher noch. Es war auf dem Lattes YouTube. Videos, Posteingaben hochladen. Ich habe gleich alles. Hier. Du musst bloß einen richtigen Tunnel hochladen. Videos suchen. Auf dem Silvester. Stern. Sieg mal. Ster... Sie... Was? Ja, du hast... Keine Ahnung. Silvester... Wie das wackelt. Boah! 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 Alter! Oh Gott, das wird... Oh Gott, das wird... Oh Gott, das wird... Was... Was ist... Ja, das... Das haben wir doch gar nicht im Korb gemacht. Das hast du gemacht? Ja. Ja. Aber... Das hat mir mal eine Aufnahme, ne? Äh... In... In... Alter, wie... Ja, ausschauen... Was denn? Ich schaue doch normal aus. Du schaust immer so... Ne, obwohl ich schaue eigentlich immer bekifft aus. Du schaust normal aus. Ich schaue heute schon wieder so bekifft aus. Was denn los? Also Nyp, machst du die Serieanzeige? Ja. Aber du musst in die Kamera... Also in die Kamera sprechen. Ich schau mal da drauf. Ne, das ist eine richtige Mikrofon. Also wir müssen dann schon da... Wir müssen dann schon zur Kamera sprechen. Und am besten du schaust in diese große Linse rein. Äh, dann schaust du den Zuschauer direkt an. Genau dich! So. Äh... Niki, jetzt haben wir nur noch 24 Minuten. Ach komm, wir brauchen für den Januar gerade mal 10 Minuten. Komm. Mach die Ansage. Dein Leid, das ist ja wohl ein Witz. Mach jetzt die Ansage. Das ist mein Spruch. Ich brauche noch die Cola. Apfisschorle meine ich natürlich. Apfisschorle. Apfisschorle. Auch noch... Nein, danke. Da steht die Marke drauf. Da steht die Marke drauf. Das ist wohl nicht so. Wie hättest du es denn gegangen? Wie du möchtest. Du bist... Frei. Du bist der Boss. Ja. In die Kamera schon. Ja, ja, ich... Weißt du, was ich sagen soll? Ach so. Zum Jahresabschluss? Ja, du musst mir schon helfen. Also das hier unten. Also das hier. Wird ein Böbel. Bei den Key. Dann hock dich so hin, dass... Schau, dann muss ich so wie ich hin hocken. Einfach so breit wie ein Türschleer, Alter. Hier ist der hier. Genau. Ja, Nick. Ja, Manu. Der Akku ist noch voll. Die Aufnahme läuft seit 6 Minuten. Outtakes. Wenn du vorhin dieses Hauptvideo schneiden kannst, kann das sein. Ach so. Danke. Ich bin sieht, wo mein Anfang hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll genau. Jahresabschluss. Video. Ja... Jahresrückblick. Ich hab ne Idee. Ne, später. Später. Beim Schneiden dann. Wow. Hä? Arbeit für dich. In die Kamera schauen? Ja. Okay. Ich bin raus. Wir sind auch die Profis unter den Spielern. Also echt, wir kennen jedes Game. Ja. In- und auswendig. Wir machen alles 100% bei uns. Ja. Jedes LP ist 100% bei uns. Warum blinkt die Zeit? Ja. Weißt du? Die Zeit blinkt halt. Macht's hier Spaß. Das wirkt mich jetzt. Egal. Dann... Das ist hier nicht der Punkt. Was kommt hier los? So. Ich schaff den Februar einladen. Ja. Du weißt schon, dass ich davor... Wenn wir dann... Wenn das Video dann Februar... Das da zuvor... Das da dann so ein Lower Third einfällt. Weißt du das? Lower Third? Weißt du das? Weißt du das? Ich weiß, was du meinst. Und da steht dann... Monat... Februar. Mit geiler Musikunterlegung. Nein. Okay. Wär cool. Ja, Manu. Wie soll ich anfangen? Ja. Wie soll ich den Februar einleiten? Manu erstellt grad Outtakes-Material. Du kannst ihn einfach in den Raum werfen so. Halt ohne dieses Lower Third. Liest einfach den Lower Third. Genau. Nein. Wär ja nicht möglich, weil wir brauchen jeden Monat neu ankündigen. Wenn es eh schon im Video steht, ist das eigentlich Schwachsinn. Richtig. Wir können ja so einen kurzen Cut machen. So eine kurze Blende irgendwie. So Umschwung vom Bild und dann einen Monat. Und dann so Würfel. Und dann geht's halt flüssig weiter. Richtig. Also können wir einfach weiter labern über die Spiele. WTF? Ja, da hört's auch schon wieder auf. Da hört's auch schon wieder auf. Eben. So eine Scheiße. Picken. Ja. Okay, ich kann zu. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Mein Gott. Wir rasen hier aber auch durch. Voll am raschen. Ja. Zu wenigen Spielen können wir was sagen. Richtig. Da müssen wir uns aufpassen. Ja, GTA 5 darf man nicht nennen. Können wir schon nennen. Müssen aber dann dazu sagen, dass das PC ist. Ich weiß schon was ich nennen werde. Okay. Ich auch. Für ein Hot-Squatch. 15 Euro oder so. Okay. Dafür dass ich in der Scheibe Toast bin. Ja. Muss ich 15 Euro zahlen. Mhm. Okay. Da kann ich schon mehr zu sagen. Ich wollt grad sagen. Da kannst du einiges sagen. Aber. Jaja, ich weiß. Erstmal. Einen Switch. Einen Switch. Wieso nicht? Wenn du sagst, überlegst dir dann. Alter, lass uns jetzt mit meinen Haaren los. Haben wir noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Ich seh schon die Comments unter dem Video. Natürlich spielt man das mit Tastatur oder so. Keine Ahnung. Oh, das sind welche dabei instammt. Na klar. Nur mit Controller. Ja. Genau. Also, sorry. Aber. Irgendwie nicht so mein Monat gewesen. Aber Juli. Also. Allgemein in den Sommermonaten kommen ja die Spiele raus, die kein Mensch spielt. Weil da eh keiner spielt. Ja. Das ist halt so. Ist dir klar, dass wir Aufnahmen unterbrechen müssen? Obwohl, ne ja nicht mehr. Komm, scheiße. Nee, nee, nee. Nichts hier unterbrechen. Komm. Gleich weiter, weiter, weiter. Mit? Ich glaub, Xbox? Gibt's das auch? Xbox One? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaub, das ist offiziell. Ja, wir sehen komische Bilder. Wir sehen Spielebilder. Und wir sehen noch mehr Spielbilder. Und da sehen wir... Release... Ach, Nick. Release Date. Da. Ja. Wollen wir jetzt im September? Im September. Im September, wow. Kannst du uns zu irgendeinem Spielball sagen? Ja. Nein, ich glaube nicht. Wollen wir mal, wir schon mal ein bisschen... Braavos hast du vorhin noch angesprochen? Ja, Braavos ist ein Koop-Spiel. Ein recht einfühlsames... Einfühlsames... Wenn du mit deiner Freundin zusammen auf dem Sofa sitzt und dann Braavos spielst. Ist eigentlich ganz geil. Oh. Da haben wir schon was gesehen. Und du willst echt keinen Cut machen? Aber jetzt machen wir mal einen Cut. Das waren jetzt schon drei, vier Monate... Okay, die Monate waren scheiße, weil dann nix rauskam. Hallo? 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 Miep miep. Moment, ich muss mal gucken hier. Tales of Cestiria. Cestiria. So... Da kam noch mehr aus. Und zwar hier zum Beispiel... Rock Band? Fand ich nix dazu zu sagen. Back to Future The Game. Assassin's Creed Syndicate. Guitar Hero. Und Just Dance. So dort... BAM! 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 EIN DRIPLE-L Titel dem nächsten... Halo... Minecraft Story Mode. Halo 5 Guardian. Was? Halt! Jetzt geht er mal ab. Aber jetzt geht los, Alter! Jetzt geht los! Okay! Außer bin da aber noch ein bisschen über anderes Zeug. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 3. Fallout 3. Rainbow Six Siege. Fallout 3. Fallout 3. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. 안 i den Cock цел probiert. Need for Speed. Need for Speed. Das muss ich einfach sagen. Star crosses 2. Fallout 4. Rise of Tomb Raider. Exklusiv of The One. The Crew Wild run. Edition is in DLC. Battlefront. Star wars Battlefront. Ghost Christmas Shopper 2. Collection Dark Friday. Oh mein Gott Aber wisst ihr was geil ist? Der Nick macht jetzt Black Ops LP Wenn das Video kommt ist wahrscheinlich schon der erste Part Sprich wenn... ne Wenn das Video hier kommt Ja? Ja und wann kommt das? Ja um 31 Ja und wann kommt mein LP? Keine Ahnung Ich hab noch 6 Folgen auf dem Platte Ja ok weiter Ähm also der Nick Der LP der jetzt Blobs 1 Blobs 1 Sprich ich spiel dann Blobs 2 Der Nick ist dann wieder mit Blobs 3 In der Tat Und dann magst du Ghost Na ja schauen wir mal Wir wollen es ja jetzt nicht so übertreiben Na ne stimmt wir wollen ja nicht CD-Only Channel machen Rainbow 6 Siege Ne Ist das auch noch ein Go-Set? Nein Doch Das ist Dezentrum Achso sorry Ja ist er jetzt hier in aller Liste Wird rausgeklettert Nix da wieder rausgeklettert Nein Wir können auch einen guten Rutsch Ja dann fang ich mal an Mach das Max für uns so Ja komm wieder vor Hallo 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 Hi Was geht denn alter? Die machst du? Die mach ich Weil ich hab ja die Ansage gemacht Gut dann mach ich die Absage Dann würde ich sagen Wir wünschen euch Einen guten Rutsch ins Jahr 2016 Du musst doch umschauen Achso ich muss ja noch umschauen Gut nochmal Das war kein schnelles F- Das war kein schnelles F- Das war kein schnelles F-